Hallo, ich bin Safritz Keric, Friseur aus Düsseldorf bei Oliver Schmidt Herdesign, Fachtrainer für Haarschneiderseminare und heute möchte ich euch von Equip die Infinity einmal vorstellen. Die Infinity ist eine super Allrounder Schere, mit der möchten wir gleich mal einen tollen Haarschnitt zeigen und gleichzeitig möchte ich auch euch zeigen, was die Infinity Modellierschere auf dem Kasten hat. Beides zwei Tools, die man auf jeden Fall als Friseur kennen sollte. Ich wünsche euch jetzt schon mal viel Spaß dabei. Jetzt gehen wir hier mit unserer Allrounder Schere, mit der Equip Infinity und schneiden hier jetzt in den Haarschnitt unseren Crosscheck ein und hier sieht man natürlich auch, wie toll es ist, wenn man eine dynamische Handführung mit einer Schere verfolgen kann. Hier hat natürlich die Infinity ganz besonders ihre Stärken. Ganz besonders toll wird der Haarschere natürlich, wenn wir jetzt hier nochmal in einem modellierten Channeling-Verfahren durch das Haar gehen und jetzt nehme ich auch die Infinity Modellierschere und gehe hier butterweich einmal in Kanälen durch die Bereiche des Haares, die ich als zu weit und zu breit noch empfinde und schneide hier eine wunderschöne Leichtigkeit raus. Ein ganz besonderes Qualitätsmerkmal ist es natürlich eine Modellierschere mit einer hohen Schärfe und einem butterweichen Schnitt zu haben, die aber auf der gleichen Seite eine maximale Schnittmenge von 25 Prozent nur produziert. Das heißt, sie ist unheimlich fehlerverzeihend und das macht natürlich gerade auch den jüngeren Friseuren ein sicheres Gefühl beim Schneiden. Das sind sie, die neuen Infinity von Equip. Einmal als Blattschere und einmal als Modellierschere in 6 Zoll. Absolute Allrounder-Scheren für Allround-Haarschnitte. Insbesondere hervorzuheben ist, dass die Modellierschere mit 25 Prozent Haarabschnitt extrem fehlerverzeihend ist und so natürlich sich besonders fürs freie Arbeiten gut eignet. Weitere Infos zu beiden Scheren auf www.equip.de. Viel Spaß! Auf Wiedersehen. Leitere Julia